Hallo, mein Guter. Sie dürfen sich hier nicht aufhalten. Das hier ist alles Polizeigelände. Ja, Zutritt gilt nur für Angestellte der Polizei. Hallo. Hi. Wie geht's Ihnen, Sir? Gut. Entschuldigung, dass ich mich so aufdränge. Ja, schon gut. Hi. Einem Radfahrerkollegen hilft man immer gern, besonders wenn er so niedlich ist. Ja, ich suche einen James. James? Ja, ich suche meinen Vater. Ich hab hier nur sein Namensschild. Das hab ich von meiner Mom. Das ist mein Namensschild von der Küstenwacht. Sie waren in Honolulu, stimmt's? Ja, vor 21 Jahren etwa, ja? Ich bin 21. Dann, dann... Oh mein Gott! Wow! Was für ein großer, kräftiger Junge, du bist! Wow! Wow, was so schattlich ist das! Ich hab meinen Vater gesuchtet! Das ist ein Reagenzglas, das ist der nicht. Ihr seht euch aber nicht sehr ähnlich. Was sagst du? Man kann aber schon gewisse Ähnlichkeiten, also vielleicht nicht so ganz physisches. Jetzt guck mal, guck mal, guck mal hier. Das ist schon kein vorschnelles Worte. Ja, das... Bitte lächelt doch mal. Wir lächeln ja schon. Weißt du, hier kann man an jeder Ecke einen DNS-Test machen. Leider. Weißt du, wer ist dein Fatty? Das steht da über dem chinesischen Restaurant. Mit solchen Läden hatte ich auch schon zu tun. Ja, das war doch das... Der Schnelltest ist, yo baby, yo, 24 Stunden und peng, die Sache ist geritzt. Wow, komm, wir lassen den Test machen. Klasse, er ist der Hammer und jetzt noch einen Sohn. Schließe ich mich mal an. Wie heißt du noch? Kenny. Jim, siehst du echt gut aus, Junge. Ich hab dich mir ganz anders vorgestellt. Wow. Die sehen aus wie Keanu Reeves und Kermit der Frosch, die in Abenteuerpuff gehen wollen. Also die Mühe mit dem DNS-Test hätte ich denen ersparen können. Der Bengel hätte hier eine Tasse absahnen sollen und dann hätten wir es gleich erfahren. Ja, Mann. Just. Just. Geil. Darf ich dir mal was sagen? Ja, zu. Selbst wenn der DNS-Test negativ ausfallen sollte und sich rausstellt, dass ich nicht dein Vater bin, dann möchte ich, dass wir trotzdem Kumpels bleiben. Ist okay. Na klar. Vielleicht sogar eng als bisher. Vielleicht sogar noch enger. Auf, mein Jungen. Ja. Kale. Gratuliere. Länge. Also vielleicht. Aha, surft irgendjemand von euch? Nur wenn so ein Pornos im Internet geht. Ja. Das ist unser Typ auch noch. Der Typ, der hat's mit der Pornografie. Ja, genau der. Es sind deswegen schon eine Menge Berichte über ihn geschrieben. Das kannst du nicht bewiesen. Das kannst du nicht bewiesen. Ich hab's dir bewiesen, aber egal. Man muss nur die Welle erfischen. Er ist einfach der geborene Sportler. Der Knabe hat den perfekten Körperbau. Hey, du hast Riesenfüße. Ich glaub, du stellst dich da rauf, ne? Keine Sperre, also. Aha. Ich, äh, ich hab auch so große Füße. Du musst nur die Beine spreizen. Ja. Die Beine spreizen. So ist schon. Drück dich ein bisschen, bis nach vorne. Nein, nicht zu sehr. Eine gute Figur macht ja sonst nicht. Jetzt konzentrier dich auf den Sand, okay? Und so ist eine gewisse Ähnlichkeit da. Die Kuh beugen, schöner vorn beugen, noch weiter schön beugen, ja. Und jetzt musst du reiten, reiten, reiten. Okay, das machen wir dann später. Und? Leider nicht. Du bist nicht mein Dad. Wow, hey. Ich wollte sagen, oh, hey. Ist schon gut, ich werde ihn bestimmt noch finden. Es gibt noch einen anderen Dengel in Missouri, den muss ich überprüfen. Ja, natürlich. Aber wir bleiben trotzdem Kumpels, ja? Wir werden trotzdem zusammen rumhängen. Jeder Topf hat seinen Deckel, oder? Nein, das bin ich nicht. Und wir hatten so viel Spaß. Oh Mann, wenn du wüsstest, war trotzdem schön mit dir. So, komm, Kleiner, ich lade dich zu einem schönen Steak ein. Nein, 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 nicht um zu feiern, ich hier wollte nur ein, naja, nur, das ist alles zu einem schönen Abschluss. Ich möchte nämlich noch meine Sachen holen. Ja. Ich werde dich vermissen. Jim. Ähm, okay. Okay. Wir sind berühmt für unseren Mittwochverkehr, also versuch am Stau vorbeizukommen. Ich habe ja ein Fahrrad. Karne? Von Jones, hast du eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer? Ich habe echt einen Draht zu ihm und, ja, zu mir und, weißt du, ich möchte einfach mit ihm rumhängen und, äh, du, das macht dir doch nichts aus, oder? Du, du bist doch einverstanden. Ja? Ja, sicher. Das ist cool. Bigfoot. Ich nenn ihn Bigfoot. Naja.